Ich bin Jonathan Adrian. Ich mache meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Die dauert dreieinhalb Jahre und ist ein duales System. Man arbeitet in der Firma und geht ein bis zwei Tage in der Woche in die Schule. Im ersten Monat meiner Ausbildung bin ich hier in der Akademie und mache die Grundausbildung mit Teil. Da lerne ich die Grundlagen des Feins, Bohrens und in der Abteilung nämlich Sachen wie Pläne zu zeichnen, die Anlagen aufzubauen, das heißt verdrahten, Bauteile richtig aussuchen und nachher dann auch in den Betrieb einzusetzen. Mir gefällt an meinem Beruf die Abwechslung, die Zusammenarbeit mit vielen Arbeitskollegen sowohl in der Abteilung als auch in anderen Abteilungen und das logische Denken.